Einfach genial. Intelligent. Anmutig. Fantastisch. Ich muss los. Ich hab noch einen Termin. Ja, heute. Es tut mir leid. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Schatz. Ich bin noch Sonntag zurück. Das ganze Wochenende. Ich dachte, du nimmst hier frei. Ja, nächstes Wochenende. Und was ist heute mit 16.30? Die lassen sich schlecht verschieben. Hatten wir nicht vorgestern Sex? Nein, war das ein Termin. Dann nächsten Monat. Schatz, wir schaffen das. Dann muss ich mir wohl jemand anderen suchen, der mich schwängert. Ja. Der war gut. Schatz, wir kriegen das mit dem Kindermachen schon noch hin. Kussi. Nein, 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 nein. Vorsichtig, die Haare. Das weißt du doch. Die Haare. Die Haare. Die Haare. Die Haare. Die Haare. Die Haare. Der war giant wurde ein Stuhl.